Jetzt ist es auf jeden Fall neu, hier am Fußballplatz auch schon Abpfiffsturm überall vor. Ich werde viel mit Brause, Bademais und Angelschein zu Bunde gehen, dank dem Uli-Nüla-Buddhismus. Naja, das ist ja nur diese Gegend hier, woanders ist es auch noch und hier ja auch der Bachelo-Buddhismus. Und naja, wir werden weiter sehen. Also Kengeduo ist ja nun genug verfilmt worden. Also wer da Lust zu hat, der weiß dann ja auch gleich, was auf ihn zukommt. Der kann dann ja anfangen, sich loszuturnen. Das war auch mal Kengeduo Schlussstudio. Auf Wiedersehen und danke für den Applaus und die Freude. Und nicht so nett war das private Ersuchen von jedermann. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gleich sehen wir euch in eine Sendung.